Ich habe ja eine lange Vergangenheit mit Hamburg. Ich habe hier studiert und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin zur Piratenpartei gekommen als Bürgerrechtlerin und eines, was mir ganz besonders viel Freude gemacht hat, war die ACTA-Demo in Hamburg, bei der wir ein sehr breites Bündnis gebildet haben. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, tausende von Leuten hier auf die Straße zu bringen. Und zwar aus einem Grund. Es ging um Bürgerrechte, es ging um Datenschutz damals. Und genau darum geht es auch heute wieder. Denn wir haben herausgefunden, dass die NSA millionenfach Daten abgreift. Und Präsident Obama hat in dieser Woche gesagt, dass er mehr Transparenz möchte. Dass er mehr Transparenz einführen möchte bei der Frage, welche Daten abgegriffen werden, welche Dienste auf Daten von Bürgern zugreifen. Aus meiner Sicht längt das von der eigentlichen Frage, die wir stellen müssen, ab. Denn es geht hier nicht um einen Mangel an Transparenz. Es geht hier um einen Mangel an Bürgerrechten. Und bei der Debatte um die NSA-Überwachung geht es auch nicht etwa um Datenschutz. Es geht im Kern um etwas ganz anderes. Es geht um organisierte Kriminalität. Denn was wir erlebt haben, ist, dass Geheimdienste organisiert, international vernetzt, verdeckt, im Verborgenen, am Recht vorbei Daten über uns gesammelt haben. Wir haben uns ausgeforscht, Schnittstellen bei unseren Anbietern, denen wir Vertrauen eingebaut haben, Pintertüren gemacht haben, um sich in unser externes Gehirn einzuwählen. Und unsere geheimen Dateiordner in unserem externen Gehirn durchforsten zu dürfen. Und das Problem ist, dass man da keinesfalls frei ist und dass mehr Transparenz den Schaden auch nicht gegeben wird, der jetzt entsteht und der weiterhin entstehen wird. Denn wir müssen uns vor Augen halten, diese Leute, die in unsere Privatsphäre eingebrochen sind, die haben einen Zweitschlüssel. Und diesen Zweitschlüssel halten sie nach wie vor in ihren Händen. Das heißt, sie können jederzeit wiederkommen, sie können jederzeit wieder einbrechen, unsere Nachtesschublade in unserem externen Gehirn durchspülen und nach Hause gehen und sich ein schönes Poesie-Album daraus machen, in dem drin steht, wann wir welche Vornos gucken, welche Lieder wir runterladen, mit wem wir befreundet sind, wie unsere politische Meinung ist und wen wir vielleicht wählen werden und wen nicht. Und das ist ein Problem, das sollte in einer Demokratie eigentlich nicht bestehen dürfen. Man fragt sich ja so ein bisschen, was macht die Bundesregierung eigentlich dagegen? Und wir sehen ganz deutlich, dass die Bundesregierung überhaupt nichts tut. Sie legt ihre Hände in den Schoß und wartet erstmal ab und schweigt es tot. Und warum tut sie das? Der Grund ist ganz einfach. Unsere Geheimdienste haben auch einen Zweitschlüssel, um genau dasselbe zu tun, was die NSA auch tut. Und unsere Geheimdienste bedienen sich bei den Daten, die die NSA sammelt und tauschen untereinander aus. Und deshalb hören wir so wenig und deshalb werden einfach auch neue Menschen in den Parlamenten gebraucht, die nicht betriebsblind sind und das nicht hinnehmen werden. Es wurde in den letzten Wochen immer wieder darauf aufmerksam gemacht von Journalisten, warum wir uns denn als Piratenpartei so aufregen würden. Es sei doch kein konkreter Schaden entstanden, es sei niemand zu Schaden gekommen. Wir sollten uns wieder abwegen und uns darauf konzentrieren, vielleicht andere Themen zu bearbeiten. Aber da muss ich ganz klar widersprechen. Denn es sind Menschen zu Schaden gekommen und zwar jeder Einzelne von uns. Denn in dem Moment, wo wir uns nicht mehr sicher sein können, was mit den Daten passiert, wie wir untereinander austauschen, in dem Moment, wo Kommunikation nicht mehr vertraulich ist, kommen wir alle zu Schaden. Denn eine Demokratie ist dann nicht mehr möglich, wenn wir nicht mal mehr vertrauensvoll mit unserem Nächsten, mit unserem Partner, mit unserem Anwalt, mit Journalisten kommunizieren können und wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass der Staat uns vor Übergriffen schützt. Und eines an dieser Debatte, die momentan geführt wird in den Medien und auch von den Parteien, ist grundlegend falsch. Denn es geht nicht um Datenschutz. Es geht um was viel, viel Fundamentaleres. Es geht um Bürgerrechte, es geht um Pressefreiheit, es geht um Meinungsfreiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Telekommunikationsgeheimnis. Und das steht alles in unserem Grundgesetz. Das ist das Fundament unserer Demokratie. Und das wird angegriffen. Wenn wer überwacht wird, der ist nicht mehr frei und in einer Demokratie, in der der Prozess gegen uns alle eingeleitet wird, ohne dass hier einen konkreten Verdacht ausgesetzt wird, in dem wir alle pauschal zu potenziellen Gefährdern und potenziellen Terroristen erklärt werden, so eine Demokratie ist nicht mehr frei. Denn wir alle sind in diesem Moment potenzielle Gefährder für den Überwachungsstaat. Und darauf bin ich auch stolz. Es wird immer gerne gesagt, Deutschland sei ein Land der Dichter und Denker. Aber flächendeckende Überwachungssysteme, die verdachtsunabhängig uns alle angreifen, schaffen eben einen Staat, nicht der Dichter und Denker, sondern der angepassten Konformisten. Und das wünsche ich mir für meine Kinder nicht. Und deutsche Innenpolitiker argumentieren ja auch immer wieder gerne mit dem angeblichen Supergrundrecht auf Sicherheit. Es wird gesagt, wer nichts zu verbergen hätte, der hätte auch nichts zu befürchten. Das Problem ist, dieses Argument ist mir sehr wohl bekannt. Dieses Argument ist auch meiner Familie sehr wohl bekannt. Meine Eltern sind damals aus dem Osten ausgewandert, nach Westdeutschland, weil sie eben nicht wollten, dass ihre Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, in der Geheimdienste verdachtsunabhängig einfach so Post aufmachen dürfen. Und das ist genau das, was passiert in dem Moment, in dem Geheimdienste sich dazu aufschwingen, allmächtig in unserem digitalen Gehirn herumwühlen zu dürfen. Denn das Argument, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten, ist ein Argument, das wird in totalitären Staaten gerne verwendet. Denn in diesen Staaten wird den Bürgern das Recht auf Privatsphäre grundsätzlich abgesprochen. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der ist gefährlich, der greift das Fundament unserer Gesellschaft an und dagegen müssen wir uns wehren. Und es geht im Kern der Sache auch nicht darum, ob wir den Geheimdiensten vertrauen oder der Bundesregierung vertrauen oder nicht. Es geht um die klare Aussage der Bundesregierung, die uns mit solchen Maßnahmen sagt, wir vertrauen euch Bürger nicht, wir misstrauen euch, wir sehen euch als potenzielle Gefährder. Und in solch einem Staat, in dem die Unschuldsvermutung einen feuchten Kehrig wert ist, möchte ich nicht leben. Ich möchte in einem Staat leben, in dem ich sicher sein kann, auch vor dem Staat. Bürgerrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat und diese gelten dann nicht, wenn sie einfach ausgehöhlt werden mit einem angeblichen Grundrecht auf Supersicherheit, das eh utopisch ist. Und PRISM ist auch kein Einzelfall, der wie eine Naturgewalt vollkommen überraschend über uns alle hereingebrochen ist. Denn wir müssen bedenken, in was für einer Zeit wir eigentlich leben. Seit 2001, seit dem 11. September, wurden Grundrechte systematisch ausgehöhlt, auf Bundesebene, auf Landesebene, aber auch auf EU-Ebene und weltweit. Es wurden neue Systeme implementiert, die uns rastern, die uns überwachen. Es wurden Gesetze abgebaut. Die Versammlungsfreiheit, die noch in den 60er, 70er Jahren für die 68er Bewegung gegolten hat, gilt heute nicht mehr. Wir haben viele neue Maßnahmen, die uns als Bürger einschränken. Und wenn wir uns die Regierungszeit von Angela Merkel angucken, dann sehen wir, dass allein in der Zeit, in der Angela Merkel Bundeskanzlerin war, 50 Bundesgesetze, früh verfassungswidrig erklärt wurden. Und da frage ich mich, was ist das für ein Anstand, was ist das für eine Moral in der Politik, die sich anmaßt, sich systematisch, nicht nur in Einzelfällen, sondern systematisch über unser Grundrecht hinwegzusetzen. Und es geht hierbei auch nicht darum, was Angela Merkel macht und was sie nicht macht. Es geht im Kern darum, was alle Vorgängerregierungen vor ihr auch gemacht haben. Denn wir reden hier von einem Fundament des Überwachungsstaates, bei dem Rot-Grün durchaus am Fundament mitgearbeitet hat. Damals unter Schröder, unter Rot-Grün wurde das Trennungsgebot systematisch ausgeweitet. Das Bundeskriminalamt darf verdachtsunabhängig rastern, überwachen. Es gibt neue Datenbanken, in denen Verfassungsschutz und Polizei Daten einspeisen. Unsere Lehren aus der Nazi-Zeit, unsere Lehren auch aus der Stasi-Zeit, wurden hier einfach über den Haufen geworfen. Es werden allmächtige Institutionen geschaffen, gegen die wir uns nicht zur Wehr setzen können. Und das ist ein riesiges Problem. Und wer sagt, dass dies alles ein Problem sei, das ihn nicht betreffen würde, denn es würde hier nur um Facebook, um das Internet gehen. Und damit habe man selbst ja gar nichts zu tun. Und E-Mails seien eh modischer Schnickschnack, mit denen man nicht mitgehen werde. Da muss ich ganz klar widersprechen, das ist falsch. Denn in Zukunft wird jeder Aspekt unseres Lebens mit digitalen Medien vernetzt werden. Und ich bin ehrlich gesagt froh darum, denn ich selbst bin froh, dass ich vielleicht eines Tages eine elektronische Sehhilfe haben werde, auf die ich angewiesen bin. Ich möchte dann aber, dass diese Sehhilfe frei ist von Hintertüren, für Geheimdienste, von Hintertüren, für Anbieter, die mir personalisierte Werbung schalten müssen. Und da müssen wir einfach 10, 20 Jahre in die Zukunft gucken, was für eine digitale Gesellschaft wir haben wollen. Eine Gesellschaft, die auf Transparenz und Mitbestimmung durch neue Medien setzt, oder aber auf Repression und Überwachung. Und da bevorzuge ich ganz klar Ersteres. Was jetzt passiert, ist, wir bauen hier an einer Struktur für einen Überwachungsstaat, bei dem wir nicht wissen, wer eines Tages die Schlüssel in der Hand halten wird. Und ich möchte, dass meine Kinder in einer freien, demokratischen, offenen Gesellschaft aufwachsen. Und wenn im angeblichen Kampf gegen den sogenannten internationalen Terrorismus diese Grundrechte abgebaut werden, dann ist der größte Anschlag, der größte denkbare Anschlag gegen die Demokratie gelungen und der wurde durchgeführt von den Innenministern aller Länder. Was wir jetzt vor allem brauchen, ist die angemessene politische Reaktion auf diese Missstände, die wir alle beobachten, von denen wir täglich in der Zeitung lesen. Und daran mangelt es. Wir brauchen jetzt eine lückenlose Aufklärung. Wir müssen wissen, was da eigentlich passiert ist. Warum gibt es noch keine internationale Debatte über eine neue GAUK-Behörde, die Daten sammelt, wer, wann, wen überwacht hat. Die, an die ich mich wenden kann als Bürger, um herauszufinden, wer eigentlich in meinen privaten Daten herumgeschnüffelt hat und an wen diese Daten weitergegeben worden sind. Und ich vermute, das liegt unter anderem daran, dass Bundespräsident GAUK überhaupt gar kein Interesse daran hat, da er sehr zögerlich war in Bezug auf PRISM und das Ganze am Anfang erstmal abgetan hat als Bagatelle. Und dafür schäme ich mich immens. Und damit alle Fakten endlich mal auf den Tisch kommen, braucht es doch eigentlich nicht noch einen Untersuchungsausschuss, bei dem sich alle Parteien gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben und behaupten, von nichts gewusst zu haben. Es braucht ein bisschen Moral, ein bisschen Anstand und auch das Bewusstsein dafür in der Politik, dass sich Menschen vielleicht Gedanken machen darüber, was sie in den letzten 10, 15 Jahren abgestimmt haben und dass sie auch mal aufstehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich bereue es, ich werde es nicht wieder tun. Aber dieses Eingeständnis der Schuld werden wir nicht erleben. Es wird viel diskutiert über Edward Snowden, einen gesetzlichen Whistleblower-Schutz haben wir aber bis heute nicht, weder in Deutschland noch in der EU. Stattdessen beobachten wir, wie Flugzeuge, in denen er angeblich stecken könnte, über EU-Luftraum zurückgefifftet werden und nicht durchgelassen werden. Und das ist etwas, wo ich mich frage, was bedeutet eigentlich die EU-Grundrechte-Charta für unsere Abgeordneten, für unsere Regierung, wenn sie dazu führen, dass Whistleblower, die so etwas offenlegen, die eigentlich für die Transparenz sorgen, die Obama jetzt angeblich verspricht, dass diese Menschen einfach so hängen gelassen werden und dass sie sich in Staaten wie Russland Zuflucht suchen müssen, anstatt hier Zeugenaussagen machen zu können, um zu beweisen, um zu zeigen, wer da eigentlich mit drin gesteckt hat. Und ich bin auch oft mit der Frage konfrontiert worden, inwiefern denn Datenschutz für die Piratenpartei überhaupt ein Thema wäre, denn wir würden uns doch für bedingungslose Freiheit im Netz einsetzen. Und das ist auch richtig. Und Freiheit im Netz bedeutet aber eben auch, frei zu sein von Überwachung. Und deshalb richten wir uns ganz konkret gegen jegliche Form von verdachtsunabhängiger Überwachung. Wir sagen Nein zur Vorratsdatenspeicherung. Wir sagen Nein zu ACTA und allen Nachfolgeabkommen. Wir sagen Nein zum Staatstrojaner. Und wir werden dort keine Kompromisse machen, nicht so wie die FDP und nicht so wie die Grünen, die immer wieder rumeiern und sich auf andere Gesetze berufen. Wir müssen endlich dazu übergehen, nicht mehr zu überwachen, sondern zielgerichtet zu ermitteln. Wir müssen eine rationale Präventions- und Kriminalitätspolitik fahren, in der wir eben nicht schauen, was sind die Symptome von Konflikten, was sind Dinge, die wir vielleicht durch Überwachung lösen könnten. Sondern wir müssen uns fragen, was ist eigentlich die Ursache? Das ist sehr nett. Ja, ich habe mich eigentlich schon gewundert, als ich hier angekommen bin, dass es gar nicht geregnet hat. Ja, ich mag Hamburg. Ja, also wir müssen wieder dazu übergehen, eine vernünftige Kriminalitätspolitik zu machen. Wir dürfen nicht weiter bei Jugendprojekten kürzen, bei Kriminalitätsprävention, bei Bildung, bei sozialen Einrichtungen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir eine offene Gesellschaft bleiben, die offene Chancen lässt, auch für die Menschen, die vielleicht mal vom Weg abkommen. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Grundgesetz nicht angetastet und nicht ausgehöhlt wird. Und wir piraten, wir lieben Technik. Und ich sehe in der Technik eine riesige Chance für die Demokratie, wenn wir nur anfangen, die ganzen Milliarden, die ganzen Steuermilliarden, die wir auf EU-Ebene, aber auch Bundesebene konstant in den letzten Jahren in Überwachung und Repression gesteckt haben, wenn wir die einmal in Technik investieren würden, die für uns statt gegen uns arbeitet, dann hätten wir eine Gesellschaft, in der ich möchte, dass meine Kinder aufwachsen und nicht einen schlüsselfertigen Überwachungsstaat. Und wir Piraten sind beim Thema Bürgerrechte, und das stelle ich mit Erschrecken fest, eine erstaunlich wertekonservative Partei. Wir sind eigentlich konservativer als jede andere Partei, die momentan auf der Bühne ist, weil wir eben gegen eine Aushöhlung von Bürgerrechten uns aussprechen und auch standhaft bleiben werden. Und deshalb ist es wichtig, Überwachung abzuwählen. Deshalb ist es wichtig, im September darüber nachzudenken, ob man noch einmal den blumigen Wahlversprechen anderer Parteien trauen möchte, ob man sich wieder etwas nicht führen lässt, oder ob man lieber nicht eine Partei wählt, für die Bürgerrechte nicht für Handlungsmasse sind, die sich für den Erhalt des Fundaments unserer Demokratie einsetzt. Und ich bin froh, dass wir als Piratenpartei diese Stelle einnehmen und danke noch einmal allen, auch hier, die diese Veranstaltung mit organisiert haben. Ich brauche kein Schiff. Ich brauche kein Schiff.